So, willkommen zurück zu einem neuen kleinen Infovideo. Ich muss leider sagen, heute gibt es wieder Verspätungen, könnt ihr ja auch am Titel sehen. Hat den ganz einfachen Grund, ich bin derzeit noch bei meinem Vater und bin jetzt gerade am Packen, weil ich konnte gestern Abend nicht heimfahren, weil die den Fahrplan umgestellt haben und da komme ich so total blöd nachts heim. Oder besser gesagt, sonntags nachts auch. Nachts komme ich überhaupt nicht weg. Und ja, da muss ich jetzt mal zusehen, dass ich rechtzeitig heimkomme. Wie gesagt, heute Verspätung, das bedeutet, Pokémon Tower Defense wird vermutlich heute nochmal ausfallen. Das Nachfolgeprojekt zu Mega Man 6 wird erscheinen, nehme ich an. Aber auch erst heute Abend, weil es ist schon fertig gerendert, aber es ist noch nicht hochgeladen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir warten einfach mal bis heute Abend. Ja, Pokémon Trading Card Game wird vielleicht rechtzeitig erscheinen. Ich sage extra vielleicht, weil ich weiß es noch nicht. Das liegt nämlich daran, dass ich gucken muss, wie die Bahn kommt. Beim letzten Mal hatte sie nämlich Verspätung und ich bin eine Stunde zu spät erst nach Hause gekommen. Weil wenn meine Bahn 5 Minuten Verspätung hat, kriege ich den Anschlusszug nicht und dann darf ich eine Stunde warten. Ist super, weil das ist der langweiligste Bahnhof der Welt, glaubt's mir. Ich, oder zumindest Deutschlands. Ich bin schon an vielen Bahnhöfen Deutschlands gewesen und irgendwo war immer irgendwas in der Nähe da nicht. Und ja. Also Fazit für mich, ich darf wieder rumstehen. Und der Part kommt halt nicht rechtzeitig für euch. Ich hoffe aber, ihr habt trotzdem Spaß mit den Projekten, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Könnt ihr ja mal durchgucken in der Zeit, in der ich nicht da bin. Und ich sehe zu, dass ich es rechtzeitig fertig kriege. Ihr könnt ja mal rechnen, ich bin... Naja, es wird knapp. Bin um halb zwei erst da. Ne, nicht halb zwei, halb drei. Halb drei bin ich erst da, 15 Uhr müsste der Part kommen. Werde ich nicht schaffen. Aber er wird dann 16 Uhr wahrscheinlich erscheinen. Wenn alles gut läuft, wenn nicht 17 Uhr. Und die anderen Projekte, ich muss es bloß noch hochladen. Das kann ich dann bei meinem Vater leider nicht tun. Das kann ich aber zu Hause machen. Das dauert doch zwei Minuten. Und ja. Wir gucken einfach mal, wie ich es dann kriege. Also Leute. Ihr lasst mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Okay. Auf ein Infovideo muss kein Daumen nach oben. Na gut, dann halt nicht. Gut. Dann lasst ihr mir aber trotzdem was Nettes da. Und ja. Viel Spaß mit allen Videos, die sich bei mir in den Playlists befinden. Viel Spaß auf meinem Kanal. Spendet doch was. Und bis später.